Wir sehen in der Stutt Wilne, wo sie meschen von der letzten 200 Jahre der geistigen Zentren von misrechtlichem Edentum. Die schöne alte Stutt liegt voneinander gespreit zu Füssen zum Schlussberg, auf welcher es gefunden sich die Churwitz von einem mutigen königlichen Schloss. Die moderne Mitskewitschgasse. Die Schlossgasse. Wehe von der Elst die Gassen in Wilne. Die Schlossgasse. Der Rheinreich in der Pölischer Universität, welcher es hat euchgebäut den Pölischer König Stefan Batohre. Der Astronomische Häuf. Der Front von der Universität. Der Magistrat. Der Stuttische Polische Theater. Und ich soll mir übergehen im jüdischen Quartal. Dort ist der Schnippische Gerbes Eulen, wo es gehört zu der älteste jüdische Wutte Armes in Europa. Das ist der Käfer von Wilnen und Gülen, welcher hat uns gemacht, Wilne, vor dem geistigen Zentrum von mührrechtlichem Edentum. Von dannen übergehen wir in berühmten Wilner Schulhäuf, auf welchen es gefühne sich kurz auf 20 verschiedene Schulen und Kläusen im Wutte mit Rutschimpfen verschiedener Hebris. Wie die Schule von Hebris Schneider, die Kläus von Izzot, die Schule von Gülen und andere. Das ist der Alter bis Hamedrisch. Die Seiger weisen den Mann von den Zwillis. Auf dem Schulhäuf befindet sich euch die weltberühmte Straschundbibliothek, welche vermuckte seltenes Fuhren mit Xaviaten, wo es einen Ort so finif hindert, Jürg. Ort der Ereingang in der Bibliothek. Und jetzt gehen wir rein in der Rechten mitten von dem ermordeten jüdischen Ghetto, wo sie bestanden aus der Gläser in Jatkovagas. Die Gass von Gülen. Der Handel in Ghetto wird euch geführt auf der Gass. Du hört ihr den Geschmacken litwischen Idisch mit dem scharfen Ziehen. Die Ballabustis kommen daher um Freitag, für deine Käufer Fiss und Fleißenste und zuhund auf Zabbis. Die Verkäuferin rufen äußere Seures. Bob, Bob, wie heiße die Größe, Fläscher Wein, Fläscher Wein. Ihr darfst dich nicht erschrecken. Das meint mir nicht kein Emerson Wein. Nur büschet die gefeueren Epperlech, was hoben Pulsat wie ein Flasch Wein. Die Verkäuferin rufen äußere Seael Wein. Musik Musik O, wie nennt man Pernose? Eingeschloppen bei Mischer. Kämmer jüdische Balagulis, so der mir rufzeit du ist loschig ist. Amul hat ein wilder Balaguli gelernt mich nahe ist. Heintlein der Zeitung, mit heißen jüdischen Herzen, aber besser nicht zu oben mit Zeit zu tun. Musik Du weint euch die jüdische Akkuscherche. Sie weißt, was sie tut. Hat der Resultat von ihrer Arbeit. Musik Meldet mich, dass ihr Kännchen ganz willne. Ot hat ihr die jüdische Handelsgassen, wo es wimmern mit Sochrum in Könem. Die Schilden du seinen jüdische. Musik Apfille, Adventist, stellt der heußer jüdische Schild und reißt die Zehner bei seinen Patienten Reden die Gmetei auf Prost-Mamaluschen. Musik Der neue Binnen von der Wilna-Ramayles-Jeschiwe und besorgt die ganze Welt mit Rabunen. Das größte vom weltlichen Willen ist der Iwo-Institut. Das heißt der jüdische Wissenschaftliche Institut, das vernehmt sich mit kollerlei jüdische Forschungen. Otter Iwa-Binnen. Musik Und zum Sof ein Blick auf den Wilna-Park. Da ist verrannt viel Blumen in den Sonnen. Musik Eben sitzen auf Bänken, reden wegen Politik. Wie du mit? Musik Die jüdische Jugend vernehmt sich euch mit verschiedenen Sporten, zu welchen der Wassersport vernehmt im ersten Ort. Otter des ruhige Teichel Vilja. Und ein bisschen sich überschiffen. Musik Goodbye, Wilna. Goodbye. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020